Als er von dieser Nachricht gehört hat, brach er in Tränen aus. Der fast 50-Jährige kann es nicht glauben, er darf nicht mehr auftreten. Seine Plattenfirma hat im Moment große Probleme und deswegen darf er aktuell nicht mehr auf die Bühne. In seinem Vertrag steht das offenbar so drin, dass wenn es Probleme gibt, er nicht mehr seine Lieder singen darf. Es heißt einige Rechte sind nicht geklärt und deshalb gibt es diese Klausel. Er ist sehr traurig und kann es nicht fassen. Wann genau er wieder seine Musik zum Besten geben darf steht in den Sternen. Er hofft, dass seine Plattenfirma das so schnell wie möglich hinbekommt. Sonst kann es sein, dass er sie verlassen muss und bei einer anderen Plattenfirma einen Vertrag bekommen muss. Seine Kollegen sind nicht betroffen, nur er das macht ihn etwas sauer. Er wird die Zwangspause aber mit Schreiben verbringen, damit er bald wieder neue Lieder aufnehmen kann und wenn alles geklärt ist, er wieder für seine Fans auf der Bühne stehen darf.